Wir haben auch Stau in der Kasse im Lidl hier. Da geht die volle Eskalationsstufe los. Ich hege das saftige Gefühl, da müsste man mehr Kasse schaffen. Pass mal auf. Da machen wir das jetzt mal so und zwar machen wir das hier zu. Wir machen das hier zu und machen hier zu. Ah, klasse. Ah ne, ich dachte, das steckt fest. Weiß jetzt nicht, was es da wieder für Probleme in der Bauauftrags-Hierarchie gibt, aber könnte es ja vielleicht das hier abreißen. Das würde vielleicht gehen. Dann machen wir eine Zuweisung und zwar weisen wir dem das Kram hier unten zu. Wird das jetzt funktioniert? Kratsch. Dann bauen wir Fußboden. Weiß ich gar nicht, welchen da genommen hab. War's der? Das sehen wir gleich. Das sehen wir sofort in dem Moment, wo die Jungs da eintreffen. Und dann stellen wir eine Kasse, zwei Kassen. Oh, passen da zwei Kassen mehr dahin? Das ist ja traurig. Gut, dann habe ich eine andere Idee. Kasse noch auf die Seite und auf die. Dann sind es acht Kassenkräfte, die ich mehr brauche. Also Personal, Kassierer. Ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Dann muss ich den Schichtplan ändern. Für alle. Nee, 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 nee. Nur für die Kassierer in dem Fall. Ähm. Drei. Vier. Fünf, sechs. Ja, ich kann's erzählen. Bin ich so doof zu. Das ist wahr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich denke, dass es genug sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf. 13, 14, 15. So, Penny Klein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Okay, das sind beides 15. Was ist denn jetzt? Ach, was wollt ihr denn mit den Klos, Leute? Klos hab ich doch. Oh, was ist denn jetzt? Geschäft 18. Wie war das Geschäft 18? Das ist der Videospielladen. Okay. Ja. Ja. Hab nicht genug zu essen. Das hab ich schon verstanden. Ob das glaubst du oder nicht. So, jetzt machen wir das mal anders noch hier. Das können wir dann nämlich auch noch zumachen. Dann bauen wir eine Personaltür hier hin. Und reißen exakt das ab und das ab. Und dann frage ich mich immer noch... Ach, das ist ein Ratten, ne? Bring doch einfach den Möhre aus hier, Trottel. Ach so, die Tür muss ja auch weg. Könnt ihr mir das mit den Ratten vielleicht erklären? Sinnvoll? Verstehe nicht, warum ich so viele Ratten hab. Hab ich wirklich zu wenig Hausmeister? Oh Gott, da hat der Handyschuppen, der ist ja auch... Ja, der Handyschuppen. Bau im Handyschuppen. Eine zweite Kasse. Können wir die... Ja, wunderschön. Dann verwalten wir das Geschäft und dann stellen wir hier zwei Kassierer ein. Einen. Und zwei. Dann wird der Schichtplan so gemacht, dass immer zwei da sind. Und dann ist alles zacko. Dann kommt da vielleicht irgendwann eine zweite Kassiererin. Dann ist im Handyladen vielleicht auch nicht mehr so viel... Und dann ist das da vielleicht auch nicht mehr so chaotisch. Das wäre ja fast ein Traum. Wir haben hier hinten... Oh, was ist dann in der Modebranche los? Dann machen wir in der Modebranche auf jeden Fall mal eine dritte Kasse. Kassierer... Ja, 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 ja. Einer. Zwei. Schichtplanung. Zack. Zack. Habe ich da eine dritte Kasse? Wir haben immer noch Ratten und ein Sauberkeitsproblem. Und irgendwer kriegt keine Ware. Es liegt an zu wenig Lagerarbeitern. Habe ich da nicht schon drei oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die von dem Lager überall hinrennen. Wenn ich ehrlich sein soll. Was sind denn jetzt die Einnahmen? Da sind wir wieder bei 48.000. Okay, das finde ich ist ein guter Wert. Dann können wir ja jetzt den Gartenbaumarkt... Den bauen wir jetzt auch mal auf. Den Gartenbaumarkt... Warte mal, hier haben wir jetzt... Ich mache den mal so sieben. Bei sieben weiß ich jetzt allerdings nichts mit den Türen. Doch, das sieht so aus, als würde es passen. Prima! Da brauchen wir dann auch grüne Tische und ähm... Wir bauen mal erstmal... Werden jetzt erstmal hier die Diebstahl-Warnanlagen hingestellt. Da auf die Seite. Dann brauchen wir in der Bude eine Kasse. Das ist ja klar. Kommt hier unten hin. Dann brauche ich... Drei... Regale und ein paar grüne Tische. Die stellen wir jetzt so hin. Dann müssen wir eine Zuweisung machen für ein Geschäft. Dann verwalten wir das Ganze und legen noch einen Fußboden rein. Weil das wäre schon irgendwie schnuckelig. Aha, das machen wir so. Und dann kann... Was ist denn da so drin? Da haben wir drin Gartenwerkzeuge. Dann gucken wir mal. Äh... Pflanzen- und Gartenarbeit. Gartenwerkzeuge. Erde- und Dünger. Gartenwerkzeuge. Dann wäre vielleicht ein viertes Regal noch geil. Damit es einheitlich ist. Das würde mich freuen. Falls da jetzt einer käme und das hinstellt, das wäre ein totaler Raum. Erde- und Dünger. Zack. So, hier kommt hin. Hier kommt hin. Pflanzen. Blumen. Pflanzen. Dann können wir das Ganze verwalten. Dann machen wir die Öffnungszeiten von 6 bis um 22 Uhr. Und verbinden das Lager. Dann können wir die Personal versetzen. Gut, können wir nicht, weil ich nicht weiß, welches Geschäft das ist. Das ist Geschäft 29. Okay, dann können wir es doch versetzen. Und zwar in Geschäft 29. Zack. So, das hier war der Handyladen, ne? Das heißt, jetzt dürft ihr hier oben eigentlich alles weg können. Dann machen wir das jetzt einfach. Ich reiße jetzt das hier alles ab. Und ich reiße das hier ab. Ich habe keine Ahnung, ob das korrekt ist. Es ist jetzt auch scheißegal. Ganz ehrlich, wenn es jetzt irgendwie blöd war. Hier unten haben tatsächlich zu wenig Lagerarbeiter oder was? Ach du Scheiße. Dann machen wir nochmal... Ein... Zwei. Dann machen wir erst nochmal zwei Lageristen. Da sind jetzt... So. Dann haben wir da einen mehr. Vielleicht hilft das. Sauberkeit ist ein echtes Problem. Wir haben so viele Ratten. Hier unten habe ich da schon drei. Naja, warten wir mal ab. Wir warten jetzt alles ab. Hier ist... Auscherwitter... Hier ist... Was? Wie kann denn das sein? Das Ding wird als größer, Alter. Abwarten. Abwarten. Ich habe vielleicht auch die Befürchtung, der Bau- und Gartenmarkt könnte ein bisschen zu klein sein. Aber was wir jetzt machen, in der Zwischenzeit, wir stellen mal hier so ein paar Müller mal auf. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Hier stellen wir einen hin. Da vorne stehen schon welche. An die Ecke kommen aber auch noch welche. So, dann habe ich eine andere... Dann habe ich eine andere Frage. Und zwar könnten wir ja hier gegenüber auch noch eine Tür machen, ne? Dafür brauche ich dann aber auch nochmal hier so ein Seppelgerät. Dann haben wir da immer zwei Ausgänge. Das finde ich jetzt persönlich ein kleines bisschen schöner. Alles klar. Die Sache läuft. Dann können wir nochmal ein paar Sitzgelegenheiten erforschen. Wo sind wir denn da? Haben wir denn... Wo haben wir denn hier? Hier haben wir Bänke. Dann kommt hier eine Bank hin. Dass man die nicht hinten an die Wand stellen kann. Das ist übrigens auch was, was ich ein kleines bisschen traurig finde. Und dann parken wir hier überall mal so ein paar von diesen schicken Bänken hin. Damit die Leute sich auch schön hier überall hinsetzen können. Damit die nicht alle hier so doof rumrennen müssen nur. Naja, hier noch. Und ne, da rein geht schlecht. Da kann was hin. Hier, da. Da gegenüber. Hier auf die Seite können welche. Da kann was hin. Hier beim Supermarkt kommen auf jeden Fall ein paar hin. Und dann ist erst mal gut. Irgendwas passiert doch hier. Über den Zeitungen. Was ist denn da? Schimmeln die oder was? Die Gewinnspanne im Markt sinkt. Das ist interessant. Hier ist die Gewinnspanne gar nicht existent. 92. Hier unten müsste gut sein. Geht. Geht. Erschreckend. Ja, gut. Ist okay. Hier haben wir den Videospielladen. Und noch das Spirituosengeschäft. Das Spirituosengeschäft bauen wir jetzt hier hin. Hab ich Geld zum Bauen? Ja, ich hab Geld zum Bauen. Hier kommen Spirituosen hin. Machen wir mal so. Ich weiß jetzt nicht so genau. Da kann ja nur eine Tür hin. Ich geh mal eine Tür suchen. Dann machen wir so eine Doppeltür hin. Das sieht so aus, als wäre es richtig. Du solltest vielleicht nicht erst den Fußboden bauen, sondern die Tür. Aber ist nur ein Tipp. Vielleicht kein guter, aber ist ein Tipp. Dann bauen wir hier eine Personaltür in die Seite. Ich überlege, ob ich dann da ein Lager rein tue. Was brauche ich denn für so einen Spirituosenladen? Das sind die Regale mit Holz. Okay. Dann machen wir eine Zuweisung für ein Geschäft. Und zwar hier. Jetzt, pass auf, jetzt wird es ganz, ganz tricky. Wir bauen hier unten auf jeden Fall erstmal noch eine Wand rein. Und dann machen wir hier eine Personaltür auf exakt die Seite. Dann können die da nämlich auch wieder raus. Sonst holen die nämlich rum. Und dann weisen wir hier das Ganze als Lager zu. Dann können wir erstmal für den Pillenstore das Lager neu verbinden. Und zwar machen wir dann Lager 19. Und dann können wir hier das Lager neu verbinden. Das wird auch Lager 19. Der Laden hat dann auch auf von 6 bis 22 Uhr. Und dann brauche ich das hier. Und dann machen wir hier immer einen Zweier Abstand. Ah, toll. Das geht nicht. Ist ja bescheiden. Sekunden. Ah, ah, ah. Bäh, äh. Mh, mh. Jaja, wir machen jetzt hier so ein ganz heißes Thema. Bauen wir noch eine Kasse. Die stellst du hier hin. Exakt. Dann müssen wir hier runter. Und zwar das Diebstahlwarnengerät. Muss da rein. Und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Fußboden. Können wir da mal einen Schickeren nehmen. Wo ist denn der hin? Da, der. Den hätte ich gern dafür. Kommen hier überall die Dinger hin. So. Dann machen wir hier rein Getränke. Und zwar Spirituosen. 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 Ein wenig Bier. Ein wenig Bier. Ein wenig Bier. Ein wenig Wein. Ein wenig Wein. Spirituosen. Und Spirituosen. Jetzt wird noch der Fußboden neu verlegt. So richtig schicky. Wie immer. Und dann kannst du das hier. Das ist der Spirituosenladen. Ja. Das kannst du verwalten. Da kannst du das Personal versetzen in Geschäft. Ich weiß schon wieder nicht, wie das Geschäft hieß. Ich habe eben noch reingeguckt. Das glaubt mir auch keiner. Ist das Geschäft 8? Verdammte Scheiße. Versetze alle Mitarbeiter in Geschäft 8. So. Dann können wir Geschäft 8 in. Brauchtest du Sprit? Nimm. Mit. N. So. Damit wir da auf jeden Fall schon mal wissen, dass das der Spritschub ist. Spritschub. Vor allen Dingen. Dann können wir hier den Spritschub. Wegradieren. Was haben wir jetzt hier noch? Das ist der Videospielladen. Ja. Der. Der geht da oben auch sehr gut. Muss ich sagen. Was haben wir? Ja. Ja. Da ist gerade Alarm. Beim Spritschub ist auch Alarm. Wow. Da ist mehr Alarm, als ich erwartet habe. So ein Quark. Ich baue mal eine Selbstbedienerkasse. Ich bin da nicht so ein Fan von eigentlich. Aber was willst du tun? Ich stelle die da hin. Dann können die da. Was ist denn hier eigentlich los? Ja, ja. Ich weiß. Es hat alles. Und warum ist hier ein Bau? Das ist doch auch Quatsch, was du da erzählst. Das ist alles totaler Dünnschiss. Im Spritschub steht auf jeden Fall die Selbstbedienerkasse jetzt. Dann können wir nochmal ein bisschen Fußboden vorlegen. Und zwar hier hin. Weiß ich, ob das schön ist, aber egal. Alles egal. Wirklich egal. Hier können wir nochmal eine neue Zuweisung machen, weil das Lager geht nur bis da. Können wir das Lager bis dahin tun. Das ist auch eine tolle Idee. Dann müssen wir natürlich irgendwann die Route für den Sicherheitsdienst ändern. Die müssen ja bald nämlich hier draußen langlaufen. Hier draußen ist ja eigentlich nur noch der Dampfladen, der nichts mehr macht. Den stellen wir auch gleich woanders hin. Den stellen wir auch gleich woanders hin. Den stellen wir da irgendwo hin. Neben das Lager. Dann können die nämlich das Lager mit nutzen. Bauen. Ja, gefühlt muss der auch nicht so groß werden. Wir machen das mal so. Und gucken dann, dass wir da eine Tür reinkriegen. Und ist das... Was denn jetzt? Hallo? Danke. Muss ich erstmal überprüfen. Ja, das passt von der Größe. Das ist gut. Dann können wir hier direkt eine Personaltür reinkloppen. Und dann können wir noch einen neuen Fußboden verlegen. Ja, dass wir den Fußböden... Fußböden finde ich etwas schwierig. Oh, der ist... Der ist... Der ist krass hässlich. Aber egal. Wo haben wir denn Dreck? Ah ja. Im... Im Supermarkt. Gott weiß, warum wir im Supermarkt so viel Dreck haben. Und was immer mit den Zeitungen passiert, weiß ich auch nicht. Und vielleicht brauche ich doch noch ein paar mehr Hausmeister. Hier ist das Verwaltungsding für Hausmeister, ne? Ich brauche nochmal Hausmeister. Ich stelle mal noch so vier ein, würde ich sagen. Ein... Zwei... Drei... Vier. So, Schichtplan bei den Hausmeistern. Ich brauche nur Hausmeister. Danke. Das dürften die neuen vier sein. Die schieben wir dann mal direkt so zu den Schichten. Da ist auch... Vom Gefühl her ist das alles irgendwie auch falsch. Okay. Habe ich erledigt. Wann ist denn hier Pause? Achso, es ist die ganze Zeit Pause. So, der Dampfladen, der ist offen. Was muss denn da rein? Da müssen die Regale rein. Okay. Das kriegen wir hin. Dann bau mal eine Kasse. Bau eine Kasse. Und zwar stell die Kasse hier hin. Dann brauchen wir diese hässlichen Regalbretter, Budendinger. Ja, das war jetzt nicht unbedingt das, was du machen solltest, aber gut. Dann stellen wir hier was hin. Und hier unten was hin. Und dann brauchen wir den Diebstahlwarner. Der kommt da hin. Wunderschön. Die bauen es schon auf. Dann können wir das Regal gleich wieder verschieben, weil das ist Sack ja hässlich da, wo es steht. Wunderschön. Dann können wir... Ich muss erst mal ein Geschäft zuweisen. Dann können wir das.